Ich misch schon lange mit bei dem Spiel. Ich kann jeden von allem überzeugen. Ich hatte alles, was ich brauchte. Und dann Auftritt der Frau. Ihr seid an einem ganz großen Ding dran. Ich will mitmachen. Können wir den Teil überspringen, indem ich dich hoffen lasse, dass wir echt erdbebenartigen Sex haben werden? Es wird keinen erdbebenartigen Sex geben? Nein. Ich krieg nicht mal einen kleinen Anheizer. Nein. Auf den Scheiß fahr ich voll ab. Was ist mit dem ganz großen Ding? Du meinst das eine Ding, bei dem wir so viel Geld machen, dass wir uns zur Ruhe setzen? Warum glauben Sie, Sie können ihr trauen? Fürs Herz ist kein Platz in diesem Spiel. Lasst uns spielen. Willst du ihn abziehen? Ich würde ihm nicht trauen. Aber dir soll ich trauen. Sie haben ein Problem. Du hast unser ganzes Geld verloren? Und jetzt sind wir tot. Wenn man einen Betrüger engagiert, passiert sowas. Ich hab's noch drauf. Ich bin weg. 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 Die Hauptschluss. Ich war's niebe Tea. Ich habe nichtslaufen ach.